Und an dieser Stelle müssen wir uns für heute schon von allen Zuseherinnen und Zusehern auf Dreisat verabschieden. Danke für Ihr Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Wir bleiben aber noch beim Thema Klimawandel. Mit dem kämpft auch Irland. Das Land mit 5 Millionen Menschen und 7 Millionen Rindern verfehlt seine nationalen Klimaziele bei weitem. Und daran sind ganz wesentlich die Rindviecher schuld. Die irische Landwirtschaft produziert nämlich den größten Anteil an Treibhausgasen. Bei den Rindern ist das das besonders schädliche Methan. Jetzt überlegt die Regierung in den nächsten drei Jahren den Bestand an Milchkühen auf der Insel um rund 200.000 zu reduzieren. Aus Irland, Jörg Winter. Eine Bilderbuchansicht erwartet den Besucher im ländlichen Irland. Saftige Weiden, bevölkert von grasenden Rindern, deren Zahl die Bevölkerung Irlands bei weitem übertrifft. 5 Millionen Irinnen und Iren teilen sich ihre Insel mit mehr als 7 Millionen Rindern. Und es werden immer mehr. Die Größe der nationalen Rinderherde hat sich in den vergangenen 25 Jahren verdreifacht. Irland hat eine regelrechte Wiederbelebung der Milchwirtschaft erlebt. Der Sektor ist stark gewachsen. Zum ersten Mal seit Generationen kommen junge Leute auf die Farmen zurück. Die Farm von Pat McCormack ist bereits seit fünf Generationen im Familienbesitz. Auch er hat seine Herde in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet, besitzt mittlerweile 120 Rinder. Massenschlachtungen für den Klimaschutz erteilt der Vorsitzende der irischen Vereinigung der Milchbauern eine klare Absage. Solche Massenschlachtungen gefährden unsere Lebensgrundlage und die gesamte Milchwirtschaft. Das Leben im ländlichen Raum wäre zerstört. Und wir würden viel ärmer zurückbleiben. Die Landwirtschaft in Irland trägt fast 40 Prozent zu den nationalen Emissionen klimaschädlicher Gase bei. Deutlich mehr als in jedem anderen EU-Land. Besonders hoch ist dabei der Anteil an Methan. Es entsteht beim Wiederkäuen und ist ein viel potenterer Klimakiller als CO2. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 15 Jahren hat die irische Regierung die Landwirtschaft als wichtigen Exportzweig jahrelang massiv gefördert. Dann kam das Ende der EU-weiten Milchquoten und entstanden ist eine Fleisch- und Milchwirtschaft, die auf die Größe des Landes gerechnet massiv aufgebläht ist. Idyllisch anzusehen aber eben ein Klimakiller. Die Produktionssteigerung vor allem seit dem Ende der Milchquoten hat auch zu einem starken Anwachsen der Emissionen geführt. Bis 2030 müssen sie in der Landwirtschaft um 25 Prozent gesenkt werden. So sieht es ein Plan der irischen Regierung vor, der andere Wirtschaftszweige noch zu viel höheren Quoten verpflichtet. Trotzdem, um dieses Ziel zu erreichen, müsse die Zahl an Milchkühen deutlich gesenkt werden, sagen irische Klimaforscher. Wir müssen die Rinderzahl auf jene vor der Abschaffung der Milchquoten reduzieren. Ich denke mindestens um 400.000 Stück. Nur so haben wir überhaupt eine Chance, das Klimaziel 2030 zu erreichen. Politisch ist das allerdings schwierig durchzusetzen. Die Bauernschaft pocht jedenfalls auf Freiwilligkeit. Kann sich die Politik gegenüber der mächtigen irischen Farmerlobby durchsetzen? Die Antwort auf diese Frage wird entscheiden, ob die grüne Insel bleibt, was sie derzeit ist, einer der größten Klimasünder Europas. Das ist die Frage, was sie derzeit ist, einer der größten Klimasünder Europas.